Ich kann jetzt fahren, ohne dass ich das Lenkrad festhalten muss. Na ja, geht man nicht so an. Ja, also zumindest jetzt mal eine ganze Weile. Ach so, wo wir überhaupt sind. Soll ich mal sagen, wo wir sind? Da sollen die Leute das raten. Ja, wie sind die Bedürfnisse? Das ist schwer zu erraten. Vor allem, weil die Kamera furchtbar hin und her wackelt bei dem Geschuckel hier. Sieht ja aus wie Wüste. Ja, das kann ich mal zeigen. Warte mal, ich habe mal nach unten gehalten. Aber das wird vermutlich furchtbar verwackelt sein. Aber Wüste hat ja normalerweise nicht zu viel Wasser. Oh, das ist eine Oase da vorne. Ich weiß nicht, ob man dich versteht. Könnte sein, dass du zu leise bist. Also, wie gesagt, sieht hier einerseits aus wie Wüste, andererseits da vorne ist Wasser. Sieht aus, als wenn das eine Oase ist vielleicht da vorne. Aber da kann man jetzt nicht hinfahren, weil jetzt ist doch schwer. Ich glaube, da kann man den Lenkrad anfassen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Vor allem spielt der Volleyball. Jetzt fangen wir da mal ein bisschen näher hin. Wenn ich anhalten sollte, musst du sagen. Ja, vor allem darfst du mich nicht noch weiter nachdenken. Jetzt blendet nämlich gleich die Sonne und ich sehe gar nichts mehr. Dann fangen wir mal anders. Oh, ne. Ne, ich mach jetzt mal aus, weil ich will nicht die ganze Zeit mit gesappelt haben.